Hallo, Sie sind auf dem Kanal Reparaturzeit. Heute bewerte ich das Einhell Vortexa 1830 Akkukettensäge. Wenn Sie sich über den Preis informieren möchten, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung des Videos. Wenn Sie bereits etwas über dieses Modell wissen, dann teilen Sie gern ein paar Infos in den Kommentaren, sodass Sie anderen helfen, die richtige Wahl zu treffen. Vergessen Sie auch nicht, ein Like und Abo dazulassen. Lasst uns mit dem Test beginnen. Die Einhell Akkukettensäge Vortexa 1830 ist ein leistungsstarkes Mitglied der flexiblen Power-Exchange-Familie. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell Pure Power Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürstenmotoren. Nach einer Online-Registrierung gelten 10 Jahre Garantie auf den Brushless Motor. Mitsamt Oregon Qualitätsschwert und Kette haben auch dicke Zweige und Äste der Vortexa kaum etwas entgegenzusetzen. Auch bei Arbeiten rund um Werk- und Kanthölzer sowie Brennholz leistet die Akku-Version einer Kettesäge beste Ergebnisse. Eine werkzeuglose einstellbare Kettenspannung und ein ebenso einfacher Kettenwechsel erleichtern die Handhabung. Der Kettenfänger und der Rückschlagschutz mit Sofortkettenbremse sorgen für die Sicherheit bei der Anwendung und die automatische Kettenschmierung über die große Öleinfüllöffnung für die einfache Pflege. Der robuste Krallenanschlag besteht aus Metall, der ergonomische Griff ist mit Softgrip für einen festen und sicheren Halt ausgerüstet. Zum Betrieb ist ein Power-Exchange 18 Volt Akku notwendig. Die innovative Power-Exchange-Reihe von Einhell punktet mit starker Leistung und maximaler Flexibilität. Die Lithium-Ionen-Akkus sind unter den Geräten der Systemreihe von Einhell unbegrenzt austauschbar. Jeder Systemakku kann mit jedem Power-Exchange-Gerät verwendet werden. Die Kettengeschwindigkeit ist anpassbar je nach Anwendung, das heißt es kann zwischen voller Leistung 8 m pro Sekunde und Eco-Modus 6 m pro Sekunde umgeschaltet werden. Mit der reduzierten Kettengeschwindigkeit wird die Akkulaufzeit verlängert. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich zum Beispiel als praktisches Starter-Set in verschiedenen Stärken. Kraftvoll und langlebig. Einhell Pure Power Brushless Motor. Für höchste Leistung, mehr Laufzeit und maximale Lebensdauer sorgt der Pure Power Brushless Motor. Der bürstenlose Motor unterliegt, anders als Kohlebürstenmotoren, keinerlei Verschleiß und ist dadurch wartungsfrei. Bei Online-Registrierung gilt ein 10 Jahre langes Serviceversprechen auf den Pure Power Brushless Motor. Ergonomischer Griff. Dank des ergonomisch geformten Griffes mit Softgripflächen liegt die Akkukettensäge jederzeit gut in der Hand. Erkennbarer Ölstand. Durch die große Öffnung kann das Öl sauber eingefüllt werden und dank des Sichtfensters bleibt der Ölstand stets im Blick. Massiver Krallenanschlag. Der robuste Krallenanschlag aus Metall sorgt für eine sichere Führung des Geräts. So kann die handliche Kettensäge mühelos bedient werden. Sichere Anwendung. Für hohe Sicherheit sorgen der Rückschlagschutz kombiniert mit einer Sofortkettenbremse und einem Kettenfangbolzen. Verstellbare Kettengeschwindigkeit dank Eco-Modus. Je nach Einsatzgebiet und Anwendung der Akkukettensäge Vortexa 1830 lässt sich die Kettengeschwindigkeit ganz einfach anpassen. Bei voller Leistung läuft die Kette mit einer Geschwindigkeit von 8 m pro Sekunde, wird auf den Eco-Modus umgeschaltet, reduziert sich die Kettengeschwindigkeit auf 6 m pro Sekunde. Mit dem Eco-Modus wird gleichzeitig die Akkulaufzeit verlängert, um den Power-Exchange-Akku maximal zu nutzen. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Für den ersten Start kein Öl mitgeliefert worden. Der Griff komplett aus Kunststoff. Die Metallteile sind lackiert. Keine Motorbremse eingebaut. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Das Zusammenbauen der Säge gestaltet sich einfach. Die Laufzeit ist in Ordnung. Top Preis-Leistungsverhältnis. Das Wählen zwischen voller Power und Eco bequem. Das war es mit unserem Testbericht zum Einhell Vortexa 1830 Akkukettensäge. Wenn Sie den aktuellen Preis dieses Modells wissen wollen, klicken Sie einfach auf den Link in der Beschreibung unter dem Video. Dort finden Sie alle Links, die Sie brauchen. Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung in den Kommentaren mit. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Kanal abonnieren und dem Video ein Like geben. Drücken Sie auf die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen. Alles Gute und bis bald!